ok weiter neuer versuch der nächste versuch mit dem animieren irgendwie ist mir jetzt irgendwie dieses programm herumspinnen das hätte ich jetzt nicht gedacht wenn das jetzt hier weiterum spinnt dann muss ich aber versuchen das wirklich mit dem movie makerlecht zu machen das ist ja super jetzt ja komm dann mache ich das jetzt anders dann machen wir jetzt noch eine ebene hallo wie was mit einer ebene ja okay irgendwie spackt das ding gerade rum das war nämlich ganz komisch so okay datei so das können wir glaube ich dann mal schließen welche welches war das das war an die mail schon wollen okay an die menschen wollen brauchen wir dann mal so dann müssen wir mal in ablage verschieben gehen wenn wir das auch so ich hoffe dass es jetzt funktioniert weil das ist nämlich echt tricky und es leckt extrem wenn ich wenn ich hier halt record das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt dass das leider ein wenig leckt ab und zu so so jetzt bin ich mal gespannt ja komm dann gehen wir jetzt eben auf einbrennen irgendwie muss es funktionieren ja nicht ja ich weiß jetzt nicht ja hier für gif ja genau hier für gif jetzt bin ich ja mal gespannt ja genau benötigt zwei ebenen ja wusste ich jetzt wieder ja das mit diesen ebenen das ist extrem am nerven manchmal weil man dann immer irgendwie tausend ebenen erstmal einfügen kann das ist echt nervig wird ja mehr wahrscheinlich wieder dieselbe fehlermeldung anzeigen wie vorhin ja ja klar weil wir eine ebene fehlt ne ja also ich kann jetzt ist eigentlich nur grob versuchen wie gesagt ich habe es seit länger nicht mehr gemacht und ja ich finde es gerade wirklich toll was dieses programm immer wieder macht hust 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 ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt nicht ob er das gemacht hat ja wahrscheinlich nicht nein oder nicht ich verstehe auch nicht warum das immer so groß ist achso das war ja genau das war ja das safe ding gewesen das war ja dieses sicherheitsteil ok warte mal einen moment so ok so ich brauche noch ein paar szenen ich hatte ja fünf szenen gemacht so jetzt haben wir einmal genau jetzt haben wir glaube ich drei szenen jetzt müsste ich die noch einfügen und ich glaube die hier genau drei und vier weil die anderen habe ich ja alle schon drin okay so arbeiten ablage einfügen so wo ist er da ok Oh, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich eine Ebene eigentlich angefügt? Ne, habe ich nicht, na toll. Äh, wie, zur neuen Ebene, wie jetzt? Ne, nix schwebende Auswahl. Einfügen. Oh, das war falsch. Dann, ja, zur neuen Ebene. Ja, okay. Ach so, ja, okay, gut. Neue Ebene, so. Ähm, Bild. Man muss, glaube ich, auch dauernd dann irgendwie neue Ebenen einfügen. Das kann manchmal echt ein bisschen nerven. So, zu neuen Ebene. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Ich, wie gesagt, ich habe das lange nicht gemacht. Ähm, ja, wenn das jetzt hier gleich irgendwie nicht gut wird, dann tut es mir leid, dann muss ich das gleich mit, ähm, dann muss ich das gleich mit, äh, mit, äh, ja, mit, äh, mit, äh, ja, mit Movie Maker machen. Ich habe mich gerade schon wiederholt, es tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich bin nicht verwirrt. Über dieses Programm mal wieder. Ja, genau, da hatte ich ja das Auge gechanged gehabt. Ja, ja. Okay, warte mal, hatte ich jetzt hier schon eine neue Ebene? Nein, hatte ich nicht, okay. Oh, hoppsala, dachte ich, ja, okay, gut, werden wir mal gucken. Ja, dieser, dieser, ich weiß, das Rechtskran eigentlich, soll so ein bisschen eine Hilfestellung sein, aber das bringt mir gar nichts. Ähm. Ähm, okay, wie jetzt? Äh. Oh Mann, ich stelle mich gerade total schusselig an. Es tut mir leid. Äh, neue Ebene. Ja, ja, genau, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die falsche, ach Mann, ich habe das ja noch gar nicht eingefügt. Ah, Mann, was ist eigentlich hier los wieder? Äh, here we can. So. Änderungen, ja, genau. So. Aus Ablage einfügen. Wo ist er? Da. Genau. So, dann zu neuen Ebene. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Irgendwie müssen wir das nämlich hinkriegen, hier. Ich habe jetzt eigentlich genug Ebenen. Es müsste gehen. Ich habe aber eigentlich, ja, ich weiß es nicht. Mal gucken, ob jetzt wieder diese Fehlermeldung kommt. Wenn, dann weiß ich echt nicht, wieso dann diese Fehlermeldung gleich kommen würde. Weil ich dann irgendwie, glaube ich, zu wenig Ebenen habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, so erarbeitet, das ist gut. Dann könnte es funktionieren. Na komm. Ah, okay. Also, jetzt könnte man sehen, dass sich hier was getan hat. Ich bin jetzt mal gespannt. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu schnell. Okay, optimieren wir das mal bitte. So, jetzt müssen wir das nämlich für eine Giftdatei optimieren. Und das kann jetzt richtig dauern. Ja. Also, ja, wie gesagt, jetzt können wir mal gespannt sein, ob das gut geworden ist. So, das kann jetzt ein Weilchen dauern. So, ich könnte ja auch nochmal in der Zwischenzeit mal den Movie Maker aufmachen. Dann könnte ich mal zeigen, wie das mit dem Movie Maker auch gehen würde. Wie gesagt, das ist halt bei GIMP wirklich knifflig, weil man da, weil man da, weil, ja, das ist halt bei GIMP sehr schwer, wenn man das mit GIMP macht. Und, ähm, ja, muss ich jetzt mal schauen, äh, wo hatte ich das denn jetzt, äh, nee, ach, was mache ich denn, ups, ähm, nee, nicht Desktop-Bilder, äh, okay, Desktop, äh, Moment mal, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ist das für ein Ordner, muss ich jetzt mal nachschauen. Ah, genau, das ist, okay, gut. An E-Mail, genau, das hatte ich, ah, okay, hier. So, jetzt muss ich schauen, okay, hier ist das Original, oder? Hey, warte mal, wo war das Original? Ah, okay. So, dann machen wir das jetzt mal hier so, eins, zwei, drei, vier, fünf, so, zack. So, jetzt, äh, wird's interessant. Wir müssen, übrigens, das auch, wenn wir das mit, äh, Movie Maker machen, müssen wir, ähm, das mehrmals kopieren, weil die Animation sonst ein bisschen kurz wäre. Also, das heißt, wir müssen mehrmals dieselben Bilder, also dieselben Bilder hintereinander einfügen, weil das sonst komisch aussieht. So, weil wir können nämlich Bilder, können wir nämlich nicht hiermit, ähm, also wir können die Bilder nur auf eine gewisse Länge machen, aber wir können die Bilder halt nicht, äh, wie wir jetzt bei einem, ähm, also, wir können das halt hier nicht, äh, da change, das könnten wir nur bei einer, bei einer Videodatei. Okay, kann man leider bei Bildern nicht, was, äh, irgendwie, ja, muss man nicht verstehen, denke ich. Ja, aber jetzt können wir mal gucken, ich kann mal, ähm, die Bilder jetzt alle markieren, dann könnt ihr gleich, man kann jetzt bestimmt schon da ahnen, wie das gleich aussehen wird. So, halt, ähm, wie gesagt, es ist, ähm, halt nur mal so, gerade mal gucken, halt zum Probieren, halt, um das euch mal zu zeigen, wie das halt einfach wäre. So, jetzt können wir mal schauen. So, ich denke, man kann's, ich denke, man kann, ähm, jetzt, ähm, ja, ne, so würde das dann in der GIF, äh, halt, sollte das halt aussehen. Und wenn man das jetzt mit Movie Maker macht, kann man das halt auch, aber, das ist da halt etwas kniffliger, wenn man das jetzt mit Movie Maker macht. Also, das ist halt mit Movie Maker nicht so detailliert, wie, wenn man das jetzt mit so einem Programm halt wie GIMP macht. Weil GIMP da einem ein bisschen, ähm, da halt ein paar mehr Vorteile hat, auch wenn's ein bisschen umspinnt manchmal. Ist halt dann so. Also, ich mach mal die Bilder etwas kürzer. Also, im kürzeren Zeitabstand, so. So, und da haben wir die Animation. Also, da hätten wir jetzt die Animation, die ich meinte. Ja, da haben wir die Animation. So würde das dann aussehen. Und, ähm, ja, also das wäre jetzt die Movie Maker Animationsvariante. Wenn es jetzt halt mit GIMP etwas zu schwierig ist, könntet ihr das halt auch so versuchen. Und, ähm, ja, halt wie gesagt, falls da Interesse ist, ne, könnt ihr halt mal versuchen. Oh Mann, der ist das immer noch am Optimieren, das dauert ja. Ja. Das, ähm, ja. Halt, so würde das halt aussehen. Also, so mach ich das halt dann auch, wenn ich halt, ähm, ne, sag ich jetzt mal, ne einfache Animation, die jetzt halt keine GIF ist, hab ich auch schon gemacht, hab ich dann auch schon mal auf YouTube, äh, hochgeladen. Das sind dann auch mehr oder weniger, also das ist dasselbe Bild. Aber da hab ich halt auch ein bisschen dann halt an den Augen, äh, versucht, halt ein bisschen, halt wie ich das auch hier mache. Halt, wie gesagt, das ist halt so am einfachsten, wenn man sich da halt an den Augen halt wirklich orientiert. Weil das sonst etwas zu knifflig ist. Und, ähm, ja. Äh, ja. Ich glaube, ich hab sogar einen kleinen Fehler gemacht. Ich hab, glaube ich, das Bild hier falsch positioniert, weil das doppelt ist. Ah, gut. Also, ich denke mal, äh, also ich denke, man kann erkennen, wie, also man kann verstehen, wie ich es gemeint hab. Oder wie ich es mach. Also, so würde das halt, ähm, also ich denke mal, das kann man kapieren. Also, ich denke mal, so schwierig ist das nicht zu verstehen. Also, naja, ich hab's ja eigentlich ganz gut erklärt. So gut es ging. Und, ähm, ja. Besser kann ich's halt nicht erklären, weil so mach ich es halt. Und, ähm, ja. Halt, wie gesagt, wenn ihr halt wirklich, ich kann's halt auch mal sagen, wenn ihr halt Bock habt, dass ich vielleicht mal euch halt zeichne oder so. Oder mal euch so als Fanmate mach, müsst ihr mir halt nur sagen, wie euer Charakter aussehen soll, halt, ne, etc. Also, halt, halt, Markierungen, Farbe, und so. Und, ähm, ja. Ja. Also, wie gesagt, das wär halt hier dann die Movie Maker Variante. Wenn das halt mit Gimp etwas kniffliger ist. Oder Gimp halt ein bisschen rumspackt. Naja. So. Ah je. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und, ähm, tja, wir sind gleich wieder bei einer Viertelstunde. Das heißt, ich muss nochmal Karten. Das heißt wohl, das ist im vierten Part, dass ich dann erstmal gucken kann, wie es aussieht. Also dann. Würde ich mal sagen, mach ich hier an der Stelle mal einen kleinen Karten. Und, äh, bis zum Part 4. Bis dann.